ja wir können ich weiß es nur gerade nicht wohin würde man da müssen wir ja aber die lassen sich ständig die türen auf da können jetzt auch aufmachen ja wir gehen erst noch zu deinem da ist einer hallo ich liebe die machen da oben sind auch noch drei guck mal hier 456 hier ist eine ganze horde kommen du willst du punkte sammeln habe ich schon kommen hier oben über sechs stück wir haben das schon aufgeräumt über sechs stück was verstehst du da jetzt habe ich bekämpft mit dem auch zum beispiel da hinten so noch 34 den auch noch jetzt hast du es versaut den habe ich überhaupt nicht gesehen in allen links sind auch noch mal zwei ne einer doch links liegt noch einer es hat irgendwie nicht geklappt ich habe falschen knopf gedrückt bist du jetzt da bei dem anderen da ist noch ja ich wollte sagen da ist noch einer hinter dir aber wir sollen aber die die durch weiß du weißt schon dass du dich nur anschleichen kannst wenn die dich nicht sehen von hinten der steht da und guckt sich an ich will auch metzeln guck mal da hinten sind auch welche hinter dem ziel da müssen wir hin wir müssen dann noch mal durchsuchen das ist noch mal ein ziel 52 meter das war ja die aufgabe und dann das andere ding kann man eigentlich an den gitter rascheln hier da kann mal nicht drüber klettern nicht so gut seid ihr schon eingeschlafen doch hat sie gesagt wahrscheinlich weiß ich da gerade am ausmotzen oder so wie immer halt nein boah scheiße hinter dir hinter dir das sei jetzt den ich gerade gemacht habe das sei jetzt gerade krass aus kann man die hier wirklich nicht aufmachen die ganzen garagen ach ne die waren doch auf oder nicht die waren offen und hier ist auch was drin ach ne da hinten ist das offen ich habe keinen lärm gemacht nein links daneben ist glaube ich auch was für dich da sind sie schon wieder zwei einer entschuldigung wenn man jetzt den kohlen hätte es jetzt keinen kochen wo war denn noch was wo hast du noch was gesehen ja hier links irgendwo hatte gerade noch was geleuchtet oder wer ist auf dem dach noch was irgendwo hätte ich noch ein zombie hä ne ich habe das alles leiser eingestellt ich kann die erstmal näher sind weil ich gedacht habe da kommt jetzt voll die laute musik oder irgend sowas also ich soll mit dem materialien erstmal nach hause hat er mir jetzt geschrieben ja komm ich mach das einfach haben wir denn jetzt alles hier ja geil was waren das ich dachte da wäre kein loch nein ich kann ich kann da nicht drüber jetzt komm ich hin hallo spring mal da raus jetzt ich machst du da ja ich komm hier nicht raus das ist nicht euer ernst jetzt warte mal oder kann ich da hoch und dann da rüber das ja damit rutsch ich ab aber dann komm ich da wieder raus was ist denn das jetzt wieder für ein scheiß meine cardio ist auch fast noch wachst ich werde aber auch wieder müde ja super ja das ist mein wechseltyp ich wechsle gleich noch mal auf den anderen es war überhaupt nicht laut nein nein das ist die gobatos was ist der achso ich hab ja gar nichts einsammeln können sag mal das doch das ansehen haben wir nicht verbessert ich hab jetzt 360 ich könnte halt eine basis aufbauen eine zweite also so ein ja dann macht so ein außenposten nee äh oder das benzin nee erst machen wir die eine aufgabe noch mit ja können wir doch in eine machen mal kurz vorbeilaufen ja wir laufen einfach vorbei da unten hin ich bin so sauer ich hab jetzt die tür zugeknallt hast du es wenigstens gehört ja die zombies haben es auch gehört ein screamer da der Daniel muss auch denken wir sind gescheuert äh aua sag mal wie soll ich das denn verbessern wenn du dir hinter dir der ist für dich ich find das viel cooler wenn man die mit der Machete abschlachtet ja das war mir so klar dass Frauen sind ja immer brutal irgendwie das ist ja irgendwie entweder wir männern wir machen denen ein schnelles Ende halt und du musst da jetzt drei dreimal drauf hauen bis die so tiefe Wunden haben und dann ja vor allen Dingen erst mal schlägst du den meistens den Arm ab habe ich gesehen ne und dann erst den Kopf ne das ist aber Zufall weil ich nicht so gut zielen kann ich bin doch nur eine Frau sagst du ja genau ach ich bin so am stöhnen ich dachte schon warum bist du so laut hallo Jungs oh wie viele sind die hier scheiße hier sind aber ich schieß aber doch mal ja dann schieß mal auf die ersten du sollst schießen du sollst schießen du sollst schießen du sollst schießen der dick ist für mich komm her ich hab eine mehr oh aua halt die Klappe hinter uns hinter uns aber ich kann mich nicht bewegen ey dieses Geschrei ist aber schon schlimm ne obwohl man den Ton total aussah aber den habe ich nicht gesehen ja aber du bist gestunnt in dem Moment deswegen war ich jetzt gerade verwirrt soll ich jetzt soll ich hier das Ding jetzt mal beanspruchen warte mal ist das jetzt hier die doch das ist die Tankstelle ne ich hab die jetzt beansprucht warte jetzt haben wir ein Schließfach hier jetzt kannst du hier Sachen reintun das heißt wir brauchen die mal bis nach Hause laufen ach das ist das gleiche ah wie cool ne doch da können wir unsere Sachen rausholen hier ist kein Licht ja gut aber das kriegen wir ja so nicht direkt ins dann ein Stunt ähm ich hab auch ein Paket mit abgezöpftem Benzin jetzt im Ursa guck mal äh jetzt ist sie rausgegangen oh Annika ist weg äh ist doch nicht mal online ist nur ja ich glaube ihr Internet ist gerade hin ja das hatte sie früher ja schon ne bestimmt irgendwie dass das mal öfters irgendwie weg war ja ist zur Zeit auch wieder öfters da oder eben auch nicht noch im Moment ist da sowieso alles überlastet teilweise wenn du das so mitgriff wegen Corona weil die alle zu Hause sind ist das Internet auch ein bisschen noch abkacken teilweise ja vor allen Dingen haben sie das ja schon überall runter gedrosselt damit normale Menschen nichts mehr machen können ja was ist denn mit mir ich lade die ganze Zeit die Videos so bei mir ist dann auch gedrosselt nur weil ich nicht offiziell als Geschäftsmann eingetragen bin oder was weißt du was ich meine es ist doch scheiße ja ganz blöd gesagt so ein Grom hat es ja dann auch nehm ich mal an ja ja guck mal warte mal permanente Schutzzone Benzinsammlung steht hier jetzt aber drin ja 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 das haben wir jetzt hier können wir jetzt immer hier Kontakt mit anderen Überlegungen herstellen aber wir können da hinten hier da hinten müssen wir hin Territorium beanspruchen hab ich markiert ja toll jetzt haben wir aber nichts mehr zu veranspruchen ja dann kannst du nichts mehr anspruchen ja ich darf ja nicht ich bin kein Inhaber ich bin ja nur das mickrige kleine Überbleibsel von dir Überbleibsel du komm ich hab dir ich geb dir zu essen ich geb dir Waffen ich geb dir zu essen ich bin dir dauernd was am spenden hier ja du klaust mir meine Blutsäcke was für Blutsäcke ne diese solchen wie hieß das Zeug solchen warte mal hier links waren wir aber auch noch nicht da sind auch noch Zombies übrigens welcome das hört sich nicht gut an wenn einer wenn sie welcome dran schreiben ist das nicht gut ja aber zumindest die Zombies hier vorne können wir mal eben machen oder rechts steht auch noch einer achso links der ist gar nicht aktiv warte mal das Auto kann ich looten oh da ist einer ne da ist eine Idee hier vorne ne da ist eine Idee hier vorne oder doch wer bist du da ey ich hab keine Muni mehr wie kann man die Waffe also ich hab gar keine Munition mehr mach's einfach so spalten den Schädel hab ich ja grad gemacht das gab Einfluss wieder ne hast du nicht das war ich gerade ok ich hab wieder was ist das ach das ist ein Lagerfeuer gewesen ja sollen wir hier erstmal gucken oder ja komm ich guck mal das sieht so interessant aus hier ist was für dich hier ist was für dich ein Getränkeladen links wo es ach schon wieder Toiletten wollt ihr mich verarschen ja vor allen Dingen diese ganze Chemie die du da in den Toiletten findest ist das für mich ja ne äh ne ganz schön wie ne das ist für mich oh oh scheiße ich kann Mist ich hab eine Sani Tasche mit Notfallausrüstung gefunden ich muss den Gin da lassen weil ich die Armbrust mitnehme so ein Mist ja aber die Armbrust hab ich ja schon eine ne wollte ich ja nochmal sagen ja ich hab jetzt auch eine aber da hab ich noch was liegen gelassen wir müssen nochmal zurück mal eben abgeben oder können wir da beant wir können doch da beanspruchen oder vielleicht kann ich da was reinlegen irgendwo also ich muss erstmal lass uns mal eben zu dem Territorium hier gehen weil das musst du mir hier zu boah sag mal hast du sie noch alle was denn ich hab grad ne Herzattacke bekommen weil du so komisch so äh so da drüber gesprungen bist boah da unten sind auch welche ich komm doch nicht hoch hoch oh ho geradeaus ein paar Militärzumis boah die sind beide bei mir ja hallo mach doch mal den der in meinem Rücken steht und nicht den gegen den ich kenne ne sag mal wegen dir bin ich jetzt vergiftet ja weil die dich gebissen haben ich fühle dich jetzt ja ich war grad zu grün am sprühen irgendwie Aua was hast du denn jetzt gemacht Ben steht auch noch einer auf dem Rückweg ne da sind auch noch welche drin ja wir müssen das beanspruchen aber die sind heftig ja die sind gepanzert ja also du darfst nicht auf den Kopf ziehen auf jeden Fall mit der Machina ne Kopf bringt überhaupt nichts die kann ich noch was durchsuchen aber ich hab ja keinen Platz mehr ne der blende danach so konnte ich mitnehmen der macht die Tür nicht auf oh da kommen noch mehr pass auf aber lass uns die hier ne schießen bringt überhaupt nichts wir müssen lass uns die an der Tür versuchen zu kriegen da ist der Weg enger hinter uns hinter mir ist einer links das hat's noch können kannst du auch mal mitmachen hier? ja ich mach doch schon ich hab nur drei getötet ich hab gerade drei getötet du liest da hinten rum oh nein hier ist was für dich ja ich kann nichts nehmen aber du kannst ja mal gucken ob es sich lohnt ne wenn ich das gucke dann sehe ich nicht mehr wo das ist nachher ich will das ja deswegen extra nicht nehmen ja du siehst das nicht mehr? nein ich sehe das dann nicht mehr auch deine sehe ich nicht mehr wenn du einmal dran warst kannst du den jetzt beanspruchen hier? hier soll das sein ne der Ort ist nicht sicher sagt er mir hier achso was ist das? ja Container durchsuchen wir müssen aber noch Gebiet erkunden und Container noch durchsuchen ein ein der Stützpunkt gehört uns weil ich jetzt so hochgeklettert bin oder wie ja oh ein Waffenrucksack Mist oh das ist ja warte mal wenn wir das jetzt aber beansprucht haben dann muss hier doch irgendwo auch so ein Schließfach sein ne nein beansprucht haben wir es doch nicht das geht ja hier nicht hier kannst du es beanspruchen ja aber ich kann es nicht mehr beanspruchen doch warte mal 150 brauchen wir nur ok ist unser ach da ist es die jetzt oh perfekt ich weiß aber nicht ob ich die Armbrust jetzt ausrüsten soll ja gut da brauchst du wieder die Bolzen ne willst du eine ultraleichte Axt haben als äh Waffe oder willst du lieber weiter mit der Maräte ich hab jetzt noch eine Tüte mit Mandeln ich hab jetzt noch drei Plätze frei ansonsten kann ich hier gar nichts mehr machen im Moment ja aber ich kann hier hinten hier den Rucksack kann man leider nicht da rein tun in das Ding ja warum kann man die nicht transferieren ach warte da war noch was doch den Rucksack kannst du oh Sicherheitskasten habe ich einen Profi Mündungsbremse das ist was für Autos oder eine Mündungsbremse mhm für Autos ne Mündungsbremse ist für eine Waffe das kommt vorne drauf wie ein Schall denn vorne am Ende hast du hier steht auch mit einer PPK an was ist denn die PPK ne Waffe auch ach die normale Pistole ja sag doch einfach Pistole sag Pistole Schrot äh Fernge- Ferngewehr also merkt ihr mal hier ist noch eine Kiste da ist noch eine Waffen Rucksack drin den muss wir noch holen den müssen wir ins Lager bringen weil den kann man nicht hier ach die Dosen kann ich gar nicht da unten rein doch ne ne ich muss mal das Essen loswerden er hat mir noch über das irgendeinen Container muss ich noch durchsuchen irgendwas war hier noch also ich hab zwei durchsucht mir sagt hier ist noch einer für dich hier ist noch was hier vorne ach stimmt da hab ich glaube ich auch was liegen warte hier ach ne das war Türschließen aber es gibt sogar nicht oder kann man hier hoch kann ich das noch starten ja aber ich hab viel zu viel also guck mal hier ist noch was für dich übrigens Käfig für Bernd wo? hier aha stimmt lebensgroß da drin im letzten ist noch was für dich ne Schrotwinte Munition gib mir die Schrot aber ich hab keine Bovi aber ich hab keine Bovi Machete was für ne Machete? Bovi Machete? willst du Schrotwinter? hast du jetzt Gummi gesagt? nein Bovi Machete eine Dovi Machete ja das auch nein ich kann die Schrot doch gar nicht nehmen du kannst ja doch ich könnt sie schon nehmen aber ich hab keine Schrotpache ja ich tu sie hier rein du kennst mich doch mir fehlt mir fehlt immer noch irgendwo muss noch eine Kiste hier sein für mich weil er sagt mir es fehlt noch eine die ich noch looten muss vielleicht im Außenbereich ach oder ist es die eine hier weil weil ich warte mal hier hoch kann man doch ne hier oben ist noch was aber das ist nicht für mich ne auf der anderen Seite da bist du grad dran vorbei ne da kannst du nicht hier da ist das für dich wo? ja da wo ich hingucke wieso springst du denn runter? weil ich es kann ich wollte mal gucken ob das cool aussieht oh nix gefunden ja dann war es das jetzt alles ja jetzt sagt er mir immer noch übriger hi wie erschreckt die mich immer wieder ne du bist so schreckhaft ja weil das zu laut ist dieses tütüt man soll ja auch erschrecken man soll ja auch erschrecken aber sie sagt nichts mehr ich glaub sie ist gemutet oder so ähm nein ich hab dir Angst gemacht nein dass ich nicht hallo gesagt habe entschuldige bitte hallo liebe Annika schön dass du wieder im Channel bist was da ist doch so Container kriegen wir den auf ich geh mal ne ich geh mal da runter hier neben ist doch einer da steht Keep Out drin man ja da gehen wir rein ne sieht mir irgendwie komisch aus das Ding ne so streitenlässig ne ne den kann man nicht öffnen ne aber obendrauf was ist hier mit dem Auto? ne kannst du ja nichts machen aber er sagt mir noch übrige Ressourcen als guck mal da unten rechts oh waren wir da schon? ne da waren wir auch noch nicht ne guck mal da haben wir auch noch ganz viel da hinten ist auch noch ein Zombie hier das Auto wär cool hier aber die sind alle abgefackelt oh wie gesagt die meisten kannst du dir holen Autos? ne ja klar du kannst ja alle also nicht alle die jetzt kaputt sind natürlich aber theoretisch kannst du verschiedene Autos holen komm mal hier komm mal bis hier muss man ganz ne Frau ähm komm mal skatieren ja 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 was ist denn hier mit dem Wasser? ich kann hier durchlaufen aber nichts machen hier ist so ein See mit Wasser Camp Winchester sind wir hier wo bist du jetzt schon wieder? komm mal bitte hier runtergegangen nein ne komm mal bis hier hä? siehst du das auch da hier diese rote Blase hier? hast du mich mal ausreden lassen? scheiße geh weg es ist es ach scheiße das ist ein roter Luftballon das ist der Clown weg aber vielleicht kannst du darauf schießen und das Ding explodiert dann oder sowas keine ahnung dahint ist noch mal so eine Militärfestung ein bisschen weiter runter ja das Problem wir sollten erstmal eben zurückgehen ich muss den Rucksack mal wegbringen kannst du das hier und das Ding ist auch geil hier nein kann ich nicht wie oft soll ich das noch sagen ach so weil du das da in die ne ja der muss ins Lager der Rucksack Max Stufe hat der erreicht hier beim Joggen ich finde unser Lager nicht mehr auf der Karte bin jetzt du? ach ne das ist das Lager willst du deine Antwort? nein wolltest du nochmal ein kostenloses Essen zu deinem Geburtstag nachträglich haben oder? warte auf mich ich will auch Gliedmaßen abtrennen oh Gott das war noch so ein heavy Typ links ist noch einer irgendwie werden sie aber ein bisschen zäher jetzt ne die Typen ja aber nur die mit dem Helm das sind zwei ja wir sind richtig hier ja aber wir brauchen Punkte kommen das sind drei vier hallo ja doch der weiz zäher hast du recht oh ich hab grad eine Großaufnahme wie bei der Leidensklinge gehabt wow oh mein Gott ja so ich hab mich drauf gestellt und dann ne den Rest halt erledigt aber bei der Leidensklinge ist das ja auch da kriegst du eine Großaufnahme wenn die dann so reingestochen wurden aber wir sind nicht in Teso wir sind in den Wäldern von West Virginia oder wo auch immer ich bin mir nicht sicher ich mein die haben ja auch Zombies ah ne das sind Vampire bei Teso Vampire ja Zombies haben sie auch diese einen Zombie Typen da ach so doch ja stimmt ähm du weißt schon dass du mal aufhören solltest zu laufen wenn dein Darm rechts rauskommt ne ja oder zumindest vernünftig laufen und ich springe der ist aber jetzt auch müde der muss jetzt ins Bett hier tschöö hast du mal gesehen wie der hier drin liegt ey hast du den Welcome Typen hier mal den hab ich dir vorhin weißt du du hörst nie zu wenn wir dir irgendwas mal erklärt und dann sagst du hast du schon gesehen hast du gehört hast du mal geguckt guck mal was die aufgebaut haben alles während wir weg waren das ist ne oder oder war das vorher schon so hoch ne die Kerzen waren vorher auch schon wir haben nicht genug Platz für Benzin mehr wir können ja Benzin mehr lagern ja weil ich dir das ganze Benzin immer spendiert habe ja 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 weißt du wie oft ich hier drin war ich hab dir Essen spendiert ich hab dir Benzin spendiert ach du scheiße wo müssen wir denn jetzt hin was ist mit dem hier hey yo Shorty was ist los öffne deinen Funken wir sollen Kontakt mit anderen Überlebenden aufnehmen nein 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 lauf 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 nein du hast was ist jetzt los lauf lauf nein 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 lauf doch nicht ich bin jetzt immer taggegangen auf funkgerät und ich wollte eigentlich weil er gesagt hat nutze dein funkgerät ich denke mal medizinische berater nehmen und da muss ich aber was für bezahlen steckst du fest habe ich aber aus Versehen drauf gedrückt und dann werde ich ja hier zurück gesetzt und ich wollte nicht zurück gesetzt werden und da stand halte für fünf sekunden still oder so und dann bin ich wie so eine irre hier rumgelaufen ey was machst du hier geh weg da wo ist der so fertig hier der ist immer noch so fertig hier ach so warte mal ach hier kann man das spezialisieren er hat ja noch so viele Sachen ja das hab ich dir vorhin du redest von den Klamotten oder warum kann man die Tragkraft nicht erhöhen das ist scheiße ach ich kann da noch mehr reintun der scrollt nach unten ach nee einmal mit Profis boah ich hab keine Lust mehr ich muss aufhören äh ich geh ins Bett ja ist eh viel zu spät gerade ja jetzt bist du da oben runter gefallen wo ist der andere Typ eigentlich hin wie jetzt bin ich oben runter gefallen warum ist der jetzt hier guck mal der ist jetzt krank hier ja das hab ich doch gesagt ich hab mit dem gesprochen aber der wollte nicht so richtig mit mir reden hat hier noch was drin ja komm lass uns mal weitermachen hier Munition haben wir beansprucht ja Kontakt mit anderen Überlebenden ja wo ja hi ja weiß ich nicht könnt ihr uns mein Ziel geben also ich hab mit den Überlebenden ach warte mal hier unten da ist das Ziel guck mal das ist nicht weit weg ja ja ich weiß da brauchst du jetzt nicht auch noch drauf machen doch da war das ja aber der ist müde hier eigentlich müsste ja dann wechsel ich hab doch auch gerade gewechselt ja ich wechsle doch nicht mein Schar wie meine Unterhose warum nicht aber der Schott ist irgendwie was ist mit dem los ey das wäre jetzt wieder fit ne der ist den kann ich nicht nehmen der ist fast oh der der oh was ist los du hast doch vier Leute ach ne Moment der andere wird glaube ich für mich angezeigt ne oder